Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei knapp 60 Cent. Heute ist ein schöner Tag, sind wir mal gnädig. Sagen wir mal 60 Cent. Und der gesamte Markt ist sehr, sehr ausgesichen. Wir haben einige Coins hier im grünen Bereich, einige Coins im roten Bereich. Einfach an Pepe mit 6% im Minus. Und Bitcoin ist bei 45.800. Also den ersten Tag des Bitcoin Spot ETFs haben wir hinter uns. Und so sieht der Preis aus nach einem Tag Approval. Ja und dann schauen wir auch einmal direkt rein. Wir haben hier ein großes Thema, was aktuell die XRP Community beschäftigt. Und zwar die Rippled 2.0 Version. Die habe ich ja auch schon vor ein, zwei Videos einmal vorgestellt. Ist auch ein brandaktuelles Thema. Und da geht es tatsächlich darum, dass ein Synchronisationsfehler, also das Problem, dass sich verschiedene Nodes nicht richtig miteinander verbinden können und kommunizieren können, weiter durchzieht. Eigentlich sollte das Ganze mit der Version 2.0 jetzt gelöst sein. 2.0.1 ist ja ebenfalls schon released. Aber teilweise besteht dieser Fehler wohl immer noch. Und Short DeFomo sagt hier ganz zu Recht, aktuell haben 90% der Nodes, die bereits auf der Rippled Version 2.0 sind, tatsächlich Probleme in dem Bereich. Und dann sagt er hier, ich dachte, das Thema wäre durch. Das Ganze hat natürlich auch einen negativen Einfluss auf das Netzwerk, denn es schmälert auf der einen Seite die Transaktionen pro Sekunde, was man nicht haben möchte. Und auf der anderen Seite hat man tatsächlich auch ein Risiko, dass wenn sich so ein Fehler ausbreitet in gewisser Weise, wie auch immer das technisch möglich sein könnte, dann entsprechend auch Nodes ausfallen könnten, was das Netzwerk deutlich unsicherer macht. Deswegen sagt er hier, bitte alle aktuell noch nicht upgraden auf 2.0, bis sich die Entwickler das nochmal genauestens angeschaut haben. Denn wir wollen ja nicht, dass man hier irgendwie Probleme bekommt. Einige Leute berichten hier, die auch Node Operator sind, dass ihre Nodes seitdem jetzt hier viel, viel besser laufen. Und wir sehen hier schon ein paar Einbrüche, die vorher passiert sind. Und wie gesagt, angeblich funktioniert es jetzt bei einigen Leuten besser. Trotzdem gehen teilweise dadurch wirklich Transaktionen verloren. Das ist natürlich alles jetzt von den Transaktionskosten her nicht die Welt. Aber wirklich ein großes Problem, dass da teilweise diese Ledger quasi verpasst werden. Also da unbedingt aufpassen. Es ist jetzt zwar kein Problem aktuell noch über den XRP Ledger Transaktionen zu schicken. Und das Ganze wird jetzt auch wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage oder hoffentlich sogar Stunden nochmal mit einer neuen Version gefixt. Aber wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich sowas hier auf dem Schirm behält. Denn falls es irgendwann mal zu einem Netzwerkausfall kommen sollte bei XRP, was wir natürlich nicht hoffen und wovon ich jetzt auch nicht ausgehe. Aber trotzdem sollte man dann über solche Themen informiert sein. Von daher hier ganz, ganz wichtig, hat das Netzwerk da aktuell ein paar Schwachstellen? Beziehungsweise ist es gerade irgendwo gefährdet? Das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Dann geht es weiter mit dem Thema Bitcoin ETF. Denn die Erfolgsquote lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, sagen einige hier. Insgesamt waren wohl 4,5 Milliarden Dollar da als Volumen dabei. Was erstmal sehr, sehr großartig klingt. Wenn man sagt, ey, 4,5 Milliarden Dollar, das ist ja eine riesige Zahl. Aber der Großteil davon kommt wohl leider von GBTC, also von dem Grayscale Bitcoin Trust, die eigentlich nur ziemlich viel verkauft haben. Also da gab es eigentlich nur einen großen Abverkauf quasi von 2,3 Milliarden und deswegen kam halt eben diese Summe zustande. Natürlich gibt es auch einige Leute, die ja gekauft haben. Also alles gut. Und man kennt ja auch dieses Sprichwort, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und andersrum, sage ich mal. Also nur weil jetzt irgendwie einen Tag nicht gut performt hat, heißt das nicht natürlich, dass der Bitcoin ETF trotzdem innerhalb der nächsten Wochen und Monate positiven Einfluss auf den Markt und das aktuelle Marktsegment hat. Denke ich natürlich auch. Und deswegen finde ich diese Antwort hier auch so lustig. Also erster Tag ist vorbei, ja, komplett alles vorbei, können wir eigentlich einpacken, können wir die Bitcoin ETFs auch wieder zumachen, so in der Richtung. Also das natürlich nicht. Aber ich finde trotzdem, das zeigt ziemlich genau, dass da nicht, wie versprochen von einigen Leuten, auf einmal hunderte Milliarden in den Markt fließen und alle Bitcoin kaufen und so weiter. Sondern, dass viele, die Bitcoin kaufen wollten, das ebenfalls wahrscheinlich schon in der 20.000er-Range getan haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gerade einige Firmen, die es den Kunden gar nicht ermöglichen, in den Bitcoin ETF einzusteigen. Unter anderem haben wir hier Vanguard, Citi, Merrill Link, Edward Jones und UBS. Die haben alle das Kaufen von diesen Bitcoin ETFs aktuell unmöglich gemacht, was auf deiner Seite wieder dafür sprechen könnte, dass aktuell einige Leute ausgeschlossen sind, die dann doch ganz gerne kaufen würden. Und man muss sich ganz klar fragen, warum machen die das? Einige Leute spekulieren jetzt hier, sie wissen, wer Satoshi ist. Ha, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Aber irgendeinen Grund wird es da schon geben. Regulatorischer Natur kann ja eigentlich nicht sein. Denn die SEC hat ja ganz normal den Bitcoin ETF bestätigt und somit eben freigegeben. Von daher hier unverständlich für mich, warum da so viele Firmen, wie fast schon abgesprochen, anfangen, hier den Bitcoin ETF nicht mehr zugänglich zu machen. Werden es wahrscheinlich in Zukunft erfahren. Oder sie schieben wieder irgendeine fadenscheinige Begründung vor und sagen, ja, wir wollen die Anleger schützen. Ich glaube, eine Firma hat sogar schon ein Statement rausgebracht und sagt, das passt nicht zu ihrer Investmentphilosophie und Politik. Okay, cool. Sollten das vielleicht nicht lieber die Anleger entscheiden, was zu deren Investmentphilosophie und Strategie quasi passt. Fände ich ein bisschen fairer. Aber gut, man muss sich ja da bei diesen Leuten kein Account machen, kein Fonds. Sondern man kann entsprechend ja auch zu anderen Firmen gehen, die einem das dann lieber freistellen wollen, was man kauft. Aber kommen wir mal wieder zu Ripple und XRP. Wir haben hier einmal den 285 Millionen Dollar Buyback. Der wird jetzt von Ripple betrieben und sie kaufen Aktien zurück. Insgesamt können Halter 6% von ihren Aktienanteilen zurückverkaufen und somit ist die Firma aktuell, wie gesagt, 11,3 Milliarden Dollar wert. Ripple hat eine Milliarde Dollar in Cash, 25 Milliarden Dollar in Krypto. Ja, also ordentliche Zahlen, die hier gedroppt werden. 11 Milliarden Bewertung ist also tatsächlich auch noch ein wenig, ja, ich sag mal konservativ oder so ein bisschen auch klein gerechnet. Wenn man wirklich vergleicht, wie viel Volumen sie eigentlich haben und theoretisch heute, in Anführungsstrichen, für 26 Milliarden Dollar irgendwas einkaufen könnten, wenn sie das denn wollten. Und deswegen glaube ich, im Vergleich zu deren Technologie ist diese 11 Milliarden wirklich noch echt sehr, sehr undervalued. Der S-Show macht das Ganze natürlich unmöglich, deswegen sage ich nur, in der Theorie könnten sie 26 Milliarden auf den Tisch legen, heute natürlich nicht. Aber, und das ist leider ein sehr, sehr negativer Punkt meiner Meinung nach, das Thema IPO wird ein wenig nach hinten geschoben, beziehungsweise wird hinten angestellt, einfach aufgrund der regulatorischen Unklarheit aktuell. Deswegen arbeiten sie mehr mit dem Thema, sie verkaufen Aktien, machen dann mehr Cash und dann kaufen sie die Aktien teilweise zurück. Finde ich gar nicht verkehrt und gerade diese Pre-IPO-Aktien, die sie aktuell verkaufen, laufen ja wohl mega gut. Also ich bin da leider ein bisschen traurig, dass ich kein US-Anleger bin, weil sonst würde ich da auf jeden Fall irgendwie einsteigen, auch wenn die Hürde von 10.000 sehr, sehr hoch ist. Aber könnte man ja poolen mit mehreren Leuten. Trotzdem haben wir hier eben das Commitment von Ripple, dass sie sagen, ja, das wird es also so erstmal nicht geben. Wegen dem Thema regulatorischer Klarheit, aber das Ganze könnte sich natürlich schnell ändern. Wenn wir vor Gericht ein paar weitere Termine sehen, wo dann wirklich final besprochen wird, ja, jetzt ist das Thema durch und jetzt hat Ripple nichts mehr mit irgendwelchen Gerichtsdokumenten zu tun. Quasi die ganze Klage ist komplett vom Tisch. Ich glaube, dann könnten sie tatsächlich sehr schnell auch in den Bereich reingehen. Und apropos Dokumente, wir hatten ja gestern am 11. ein weiteres Treffen und etwas enttäuschend leider, und diesmal sind die Rollen so ein bisschen vertauscht, dass tatsächlich Ripple eine Verlängerung hier beantragt hat, und zwar auf den 19. Januar. Also jetzt noch sieben Tage quasi. Also diesmal sind Ripple diejenigen, die es da zu einem Delay kommen lassen. Die SEC hat tatsächlich einige Sachen hier auch eingereicht. Also die sogenannte Motion to Compel, kann man hier einmal ganz transparent finden. Sind natürlich Riesendokumente hier. Also wer sich das Ganze in voller Gänze in den vollen 145 Seiten durchlesen möchte, der findet hier auf jeden Fall seinen Nemesis, würde ich sagen. Aber für alle Leute, die da so ein bisschen eher die Zusammenfassung haben wollen, dann schauen wir uns morgen auf Twitter natürlich die gesamten Aussagen hier in dem Dokument an, weil innerhalb von ein paar Stunden kann sich das ja kein Mensch durchlesen. Und wo wir gerade schon bei Ripple sind, wir haben hier den Vizepräsident of Strategy and Operations, die gute Amy Yoshikawa. Hört sich so ein bisschen an wie Rai Ichikawa, wer den kennt. Und sie ist jetzt tatsächlich Member im Board of SBI Ripple Asia. Also hat tatsächlich auch den Sprung wahrscheinlich so ein bisschen geschafft von Ripple zu Ripple und SBI Ripple Asia. Also SBI als große Investmentfirma. Und dort ist sie jetzt eben mit dabei. Das heißt, die Verbindungen da sind offensichtlich, ich meine, die Firma heißt literally SBI Ripple Asia. Also ich glaube, wer daran zweifelt, dass sie irgendwann XRP und Ripple nutzen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also sie hat hier einen Tweet veröffentlicht, in dem sie das Ganze hier beschreibt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Gerade diese Verbindung zu den smarten Leuten mit dem Smart Money ist immer sehr, sehr wichtig. Auch für Ripple. Sie leben eigentlich von diesem Smart Money, wenn man es mal so betrachtet. Und deswegen umso wichtiger, dass hier solche Leute in solche Positionen kommen. Finde ich sehr, sehr cool. Also da hinter den Kulissen geht auch einiges ab. Dann sehr, sehr lustig. Wir hatten ja früher, Leute, die das noch kennen, den Vortrag von Gary. Aktuell der Vorsitzende der SEC. Und er hat früher verschiedene Vorträge gehalten, bei denen es um verschiedene Kryptowährungen ging und deren Nutzen. Und die Leute, die es ganz genau wissen, die haben auch auf dem Schirm, dass Gary damals schon gesagt hat, dass XRP eine gute Brückenwährung ist. Und natürlich damals auch immer von Currency, also von Währung gesprochen hat. Heutzutage ist seine Meinung da etwas konträr. Er sagt, ja, alles Security. Ihr wisst es. Aber Ripple ist entsprechend immer noch genau das, was Gary damals auch in XRP gesehen hat. Nämlich diese Brückenwährung und Ripple der Brückenwährungsprovider, wenn man so möchte. Und das Ganze baut sich ja immer in gewissen Phasen auf. Diese Zyklen sind ja bekannt. Und aktuell sind viele Leute in der sogenannten Disappointment-Phase. Also eben die Phase, wo viele Leute frustriert und einfach auch enttäuscht sind. Ich lese manche Kommentare, in denen Leute schreiben, ja, Ripple hat so viele Partner, XRP hat so viele tolle News, aber der Preis geht nur nach unten. Und das Ganze ist halt eben maximal frustrierend für einige Leute. Auch vielleicht wahrscheinlich für Leute, die noch nicht so lange im Kryptomarkt dabei sind. Die einfach auch noch nicht so diese Hodderfahrung haben, sage ich mal. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare jetzt schreiben, wie lange ihr schon im Kryptomarkt dabei seid. Einfach nur so grob. Müsst ihr kein genaues Datum nennen. Einfach mal so Jahr oder auf ein, zwei Jahre genau. Finde ich mal interessant, ob ihr eher schon zum alten Eisen gehört oder schon jetzt wirklich noch frisch dabei seid. Auch vielleicht durch Bitcoin News oder sowas nochmal hier dazugekommen seid. Finde ich natürlich sehr interessant immer. Und deswegen glaube ich, nach der Phase, wo alle maximal frustriert sind, wird dann der Moment kommen, in dem man dann quasi wie der Phönix aus der Asche steigt. Das ist ja eine häufig genutzte Symbolik hier in den Kreisen. Und ich glaube, so ähnlich kann man es definitiv beschreiben. Dann haben wir jetzt tatsächlich hier ein paar Informationen zu dem Gold Coast Event von dem XRP Gold Coast Event. Die gute Krypto-Ehre wird da sein und hat hier einmal ihre ganzen Kosten aufgeschlüsselt. Muss ich ganz klar sagen, das sind wir viel zu teuer. Da werde ich also leider nicht dabei sein. Für die Leute, die mich das öfter gefragt haben, ob man mich da treffen kann. Ne, kann man leider nicht. Weil Leute, also hier, sie fliegt jetzt von Australien in die USA, glaube ich. Und der Flugkosten Taui, da hat sie nochmal 100 Euro in Shuttle. Da hat sie nochmal für 1.200 Euro das Ticket und nochmal irgendwelche, wahrscheinlich Hotelkosten und so weiter. Also, ja, das wird ein teurer Trip für sie. Aber gut, sie hat wahrscheinlich auch noch das Geld. Also, ich bin mal gespannt. Das Event wird mit Sicherheit cool. Und da werden ja wahrscheinlich auch einige News wieder gedroppt. Aber da werde ich leider nicht dabei sein, für alle, die gefragt hatten. Dann haben wir hier den Ripple-Nutzer Wizz Financial. Und sie haben eine neue Firma aufgekauft. Und zwar MoneyDart. Eine Remittance- bzw. ausländische Überweisungs- und Zahlungsplattform für Firmen. Also, es ist direkt B2B. Und da haben sie hier einmal WizzPay und dann hier MoneyDart. Die sind jetzt auch mit dabei. Und wie gesagt, Wizz Financial ist bereits Ripple-User. Die Collections sind da also offenkundig. Geht hier alles sehr in den Bereich so UAE, also Vereinigte Arabische Emirate, so in diesem Bereich. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn Ripple da ihre Verbindung ein wenig festigt. Weiter geht's mit ein paar Chart-Analysen. Die lieben wir alle immer. Und hier haben wir das sogenannte Descending Triangle. Also ein abflachendes Dreieck quasi. Und hier hat man einen gewissen Entscheidungspunkt, wie die meisten Trader immer hier einzeichnen. Also da haben wir hier entsprechend einen Ausbruch. Entweder in Richtung irgendwo 1,40. Oder tatsächlich auf diese grüne Linie. Boah, die grüne Linie, die wäre echt schon bitter. Da wären wir hier bei 28 Cent. 28, 29 Cent. Also, ja, das würde man auf jeden Fall nicht so gerne sehen. Aber wenn man in diese Range hier wieder reinkommt, dann könnte man natürlich Dollar-Cost-Averaging betreiben, wenn man das vorhat. Oder wenn man jetzt sieht, ah, das ist realistisch, kann man natürlich einen Short eingehen und somit an diesem Move hier noch Geld verdienen. Also egal, in welchem Marktzig mein Mann ist, man kann immer Geld machen. Dann ist BitTrue aktuell dabei, auch wieder ein bisschen die XRP-Werbetrommel zu rühren. Finde ich definitiv nicht verkehrt. Dafür gibt es ein Like für das Engagement-Farming. Und da schreiben sie hier einmal, denkt ihr, dieses Jahr wird ein XRP-ETF genehmigt? Oder werden wir ihn sehen, sozusagen? Wird er veröffentlicht werden? Ich denke tatsächlich, dass das bei Ethereum gar kein Problem ist. Die könnten wahrscheinlich heute das alles einreichen. Die Firmen müssten das eigentlich genauso einfädeln wie mit dem Bitcoin-ETF. Und schon würde alles laufen. Aber bei XRP haben wir natürlich immer diese Extrawurst. Das Thema, dass aktuell noch vor Gericht ein paar Unstimmigkeiten bestehen. Und deswegen natürlich auch geguckt werden muss, wie Ripple überhaupt XRP verwenden darf, rausgeben darf, wie Firmen das überhaupt kaufen dürfen, rausgeben dürfen und so weiter. Dessen möchte sich, glaube ich, keine Firma aktuell annehmen. Einfach, weil das zu viel Aufwand ist für wahrscheinlich zu wenig Return. Aber, sobald wir das ganze Thema vor Gericht geklärt haben, sollte es wirklich hier sehr, sehr easy sein. Und dann werden wir wahrscheinlich ziemlich schnell ein XRP-ETF sehen und in Zukunft auch ein Solana-ETF und den BNB-ETF und was auch immer. Einfach nur, um da Finanzinstitutionen und Anlegern die maximale Varianz oder Flexibilität quasi zu bieten. Dann ein super interessantes Thema. Wir haben hier von der BIS, der Bank for International Settlement, haben wir hier das Thema Cross-Border Payments, also grenzübergreifende Zahlungen. Natürlich ist die BIS mit Ripple schon sehr, sehr nah verbunden oder mit dabei. Und ihr neues Projekt läuft unter dem Namen Leap, also so wie ein Sprung quasi. Und was ich lustig finde, ist, dass David Schwartz passend dazu hier auch nochmal den Frosch gepostet hat. Und da interpretiert eben einige was rein in diesen Leap-Frosch quasi. Also, ja, auf der einen Seite, klar, Frösche springen natürlich auch so hin und her. Sie machen so einen, ich glaube, einen Satz kann man auch sagen. So einen Satz machen gibt es ja auch im Deutschen. Und ja, also dieser Leap-Frog quasi ist hier die Verbindung anscheinend. Könnte darauf hindeuten. Er hat so ein bisschen Riddler-Vibes auf jeden Fall. Das ist immer die Frage, warum postet David solche Bilder einfach random? Will er uns nur zeigen, wie viele tolle Sachen er mit seiner KI machen kann? Oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Immer eine gute Frage. Und dann gibt es tatsächlich noch jemanden hier, den guten Matt Rosten. Und der hat hier eine neue Sidechain vorgestellt auf dem XRP Ledger oder für den XRP Ledger vielmehr. Und zwar nennt sich die Xenon. Finde ich erstmal ganz cool gemacht hier. Und ich feiere sowas erstmal natürlich, weil es quasi Free Utility ist für den XRP Ledger. Kostet uns ja nichts, sowas hier zu haben und sowas abzufeiern. Und es soll eben auch eine EVM-kompatible Sidechain sein für den XRP Ledger. Also ähnlich wie Xahau mit Hooks. Finde ich ganz cool. Natürlich wollen sie wieder hier in eigenen Token promoten und verkaufen. Na ja, muss man wieder gucken. Wäre es natürlich lieber, wenn sie einfach nur XRP da verwenden würden. Und ähnlich wie bei Xahau einfach ein 1-to-1 Burn-to-Mint-Mechanismus einführen würden. Sonst hat das immer so diesen Beigeschmack von, ja wir machen eine neue Chain und hier kauft unseren Token. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber gut, ich glaube hier gibt es einige Synergien. Und gerade hier sagt er auch, wenn ihr Leute habt, die irgendwie helfen können oder sowas. Wenn ihr irgendwie Erfahrung hast mit solchen Sachen, meldet euch immer gerne. Finde ich auf jeden Fall cool. Warum nicht? Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier einmal von Nevid. Da sagt der Mann hier oben, Sohn, eines Tages wirst du ein Mann werden. Dann sagt der Junge, Hä, Papa, ich bin doch schon 23. Sagt er, Ja. Aber du besitzt keinen Ethereum. Kann man natürlich auf alle anderen Coins auch beziehen. Ich glaube, wenn man keine XRP besitzt, dann ist man nicht 100% completed quasi. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses Gefühl, ohne XRP ist man einfach nicht 100%ig. Ja, also gibt es schon sehr, sehr wilde Memes hier. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Heute wieder mal mit ein paar mehr Transaktionen hier. Also sieht wieder schön aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like oder Dislike, wenn das der Fall ist. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar, wie ihr die aktuelle Marktlage bewertet. Und was ihr so zu den Themen hier sagt. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen um 18 Uhr wieder zu neuen News hier auf dem Kanal. Ich glaube, ich muss es nicht betonen, aber es kommt hier jeden Tag um 18 Uhr ein Video. Also schaut euch das gerne an. Seid gerne dabei, seid im Live-Chat dabei. Und dann sehen wir uns spätestens morgen um 18 Uhr. Bis dahin, Leute. Was macht ihr eigentlich noch hier? Ciao. Ciao.